Willkommen zu einem neuen Video aus dem Teile-Kanal, das die Frage beantwortet, die Sie mir zum Fehler P0234 in einem Fahrzeug der Waaggruppe, einem BKD-Motor, gestellt haben, was Sie hier auf dem Foto haben. Ist auch ein BKD-Motor, ein 2.0 TD nun, dieser Fehler warnt Sie vor einem Problem, das er hat und das heißt, dass es einen Überdruck im Turbo gibt, dann geht das Fahrzeug in den Notmodus, genau um den Motor zu schützen, aber das Problem des eigenen Turbos. Weil der Turbo hat einen Turbo-Aktuator, der das Öffnen und Schließen der Schaufeln steuert. Dieser hat eine Variable Geometrie, ok, und dann hat er auch ein Magnetventil, der wiederum diesen Turbo-Aktuator steuert, dann hat er Schläuche, die in einem schlechten Zustand mit Rissen sein können und ein Teil des erzeugten Vakuums geht dort verloren, das benötigt wird, um diesen Turbo-Aktuator zu bewegen. Und dann funktioniert der Turbo nicht wie er sollte, es kann auch ein anderes Problem sein, wenn man bedenkt, dass die Turbos am Ausgang arbeiten. Der Abgase, die die Turbine bewegen und es gibt viel Schmutz, Urs und dieser Urs kann sich verstopfen. Tatsächlich kommt es oft vor, dass die Leitschaufeln der Variablen Geometrie verstopft sind. Wenn sie verstopft sind, funktioniert der Turbo nicht gut, nein, es öffnet sich gut, es schließt nicht gut, und sie können in der geschlossenen Position bleiben. Und wenn sie sich in der geschlossenen Position befinden, hat der Turbo in diesem Moment die maximale Leistung, dann natürlich, wenn er einen Teil dieser Energie nicht abgeben kann durch den Auspuff. Dann kann es am Ende den Motor sprengen, deshalb muss man zuerst vor dem Wechseln der Turbos, die oft dazu neigen, den Turbo zu wechseln, zuerst schauen, woher der Fehler kommt. Überprüfen Sie, ob der Turboaktuator, es wäre dieser Teil, wie Sie sehen können, ist dies der Turbo. Überprüfen Sie, ob dieser Unterdruck ihn erreicht, dass er richtig ankommt, dann sollte der Turboaktuator gelöst werden, er wird freigegeben und es wird überprüft, dass die Steuerung der Schaufeln ist sich bewegend, okay, wenn der Aktuator locker ist, wird überprüft, dass er sich gut bewegt. Manchmal kann man sich nicht bewegen, weil es verstopft ist. Dann wissen wir, dass das Erste, was getan wird, wenn es verstopft ist, zum Reinigen zerlegt wird, denn oft ist der Turbo in gutem Zustand, was passiert, dass er einfach schmutzig ist. Und wenn Sie das denken, der Turbo bläst viel, dass es dort zu viel Lärm hat, dass etwas nicht stimmt, denn dann müsste man den Turbo überprüfen und vielleicht wechseln, das ist das Schlimmste extrem. Aber oft kann der Fehler sein bei einem einfachen Riss in einem Schlauch, ein Problem. Mit dem Magnetventil, es kann ein Problem mit dem Turboaktuator sein oder dass der Schaufelbereich verschmutzt ist und Sie sich nicht gut bewegen können, die Geometrie nicht gut funktioniert und dann die Turbo verursacht übermäßigen Überdruck daher müssen Sie vor dem Austausch des Turbos alle oben genannten Punkte Überprüfen, bevor Sie zur teuersten Panik gehen, müssen Sie sich alle oben genannten Punkte ansehen. Nun, hier ist das Video, wenn es für Sie nützlich war, vergiss nicht ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.